Hey Leute, willkommen zurück bei Tierdiebe. Diesmal nicht so ein tolles Update-Video. Ja, und zwar waren wir heute mit den Meerschweinchen beim Tierarzt. Und vielleicht sieht man es da noch, Moritz, da sieht man, dass es so nass auf seinem Rücken ist. Ja, die Meerschweinchen haben alle drei eine Salbe bekommen, weil Moritz Milben hat. Das haben wir vor ein paar Tagen schon gemerkt. Also, da war der Tierarzt noch zu, weil es dann noch Wochenende war. Und zwar, ich mache mal den Käfig kurz auf. Ich mache auf Pause. Hat nicht geklappt. Ja, also das hat man am Wochenende gemerkt, weil der Moritz so Rind auf dem Rücken hatte. Und deswegen haben wir uns schon irgendwie gedacht, dass der Milben hat. Deswegen waren wir heute mit meinem Arzt. Da, wo dieses nasse Ding ist, da wurde die Salbe hingemacht. Also, bei dem einzigen, der jetzt wirklich richtig Milben hat, ist der kleine Moritz. Die anderen haben nicht gerade Milben irgendwie. Bei denen kam es noch nicht so. Zum Glück. Also, es ist noch nicht so weit verbreitet. Es hat also nur Moritz. Dein Haar ist krumm. Und ja, also, ich wollte euch nur dieses Update mal sagen. Und tja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.